Ok. Dreh schließen. Ähm, ja. Scheiße. Was können wir jetzt noch machen? Erstmal zurück auf die Heimat. Wir müssen dringend das eine Lagersystem bauen. Ja. Trauben, wir können jetzt Trauben anbauen. Fische muss ich auch noch einmal haben. Oh, den hätte ich auch noch. Ähm. Wie war der... hieß der große Kühlschrank nochmal? Achso, da ist er. Was fehlt uns jetzt dafür nur noch? Ähm. Ist das hier doof. Ich brauche einen Stein. Wo kriege ich jetzt stinkt nochmal einen Stein her? Ja. Äh, Mario? Ja? Komm mal hier zur Bibliothek. Hier unten. Dieses Health Eye Augment, ne? Das ist eine Verbesserung für deine, äh, für deine Überlebensstation. Die sollst du am besten aufbewahren, bis du deine, äh, äh, Station nach, äh, voll aufgegradet hast. Dann kannst du die nochmal weiter damit verbessern. Ich weiß grad nicht, was du meinst. Dieses... Health Eye Augment. Ja, ja, das Buch. Das EPP Augment. Das ist kein Buch. Okay. Das ist kein Buch. Was kann ich damit machen? Damit kannst du dein, 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 dein Modul da, dein Rückenteil da verbessern. Das machst du jetzt aber noch nicht. Das machst du erst, äh, wenn es vollständig, äh, weiter... ...erbickelt ist. Ich lass das nur langweiler drinne. Ich würd's, äh, woanders aufbewahren. Ich würd's jetzt grad nicht wo. Ähm... Ja, was machen wir? Wir brauchen Stein. Wie brauchst du Stein? Für die... Für die... ...wand bei uns. Die Rückwand vom... ...den neusten Raum. Zum... ... ...Solly. Das ist auch kein Stein, man. Gibt es einen Planeten, auf dem es nur Stein gibt? Nein, nein. Stein, Stein, Stein. Wo finde ich Stein? Da unten war Stein. Ne, auf diesem Planeten auch, wo wir gerade eben waren, oder? Ich habe hier auch Stein. Ganz viel Stein. Damit kann man dann schön den Raum da unten ausbauen. Ich weiß gar nicht, was wir da reinmachen wollen. Ich auch nicht mehr. Ähm, da. Ja. Außerdem bräuchten wir auch mal wirklich so eine Art Küche und so weiter. Dann geht es damit jetzt weiter. Und die Rückwand ist fertig. Wir haben einen geschlossenen Raum. So, und jetzt? Soll das das Lager werden? Das hier? Ja. Können wir machen. Dann muss der andere Kram aber hier weg. Hast du noch die andere große Kiste? Ähm. Nein. Wir haben doch zwei mitgenommen. Ja, die ist dann vielleicht da drin. Achso. Eine Kiste in einer Kiste. Eine Kiste in einer Kiste. So voll mindblown. Sollen wir hier unten nur Blöcke zum Bauen reinsetzen? Okay. Okay. Ich muss da ein bisschen Kram loswerden. So. Blöcke zum Bauen. Alles klar. Hast du jetzt nur Blöcke zum Bauen genommen? Nein. Ich hab einfach Take All gemacht. Ja, deswegen. Wie deswegen, hä? Ja, das soll ja nicht alles da rein. Nein, soll es auch nicht. Ich hab aber trotzdem mal Take All genommen. Okay. Dann auch Treppen auch oder eher nicht? Äh, ja, kommen wir auch da rein. Okay. Juhu. 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 So. Vielleicht sollten wir jetzt ein bisschen orten, und nach Stein und Dreck und so alles. Vielleicht sollten wir dafür mal gucken, ob es vielleicht nicht bei Steam im Workshop V mythology Mod gibt? Hm. E Schwäb literatureENTSlekton, die wir machen, die wir in diesem Video ver carreten, so um das kann ich nicht sagen. Ich lasse diese worldwide drei Freunde alsoassen mit der Polizei, dem reduceAT, sondern dies wurde besetzt davon aus, gehen über den Was packen wir in die andere Kiste? Also in die andere große Kiste? Auch dasselbe. Auch Baublöcke? Ja. Okay. Wir müssen gucken, wie wir diese Container bauen. Hast du noch mehr von diesen Hängelampen? Ja, ja. Das sehe ich gemacht. So sollte das nicht sein. Das heißt wir machen das jetzt etagenweise oder wie? Baublöcke. Also Baublöcke hier in einer Etage und da drunter was anderes oder wie willst du das machen? Nein. Jetzt hier kommen die ganzen Baublöcke mit dem großen. Dann machen wir noch diese kleinen Storage. Ach, die hast du auch mitgenommen. Okay. Aber einen nur. Ähm. Was soll da rein? Da können wir Design Elemente. Jetzt muss ich gucken. Design Elemente. Was meinst du mit Design Elemente? Ah, Dekoration hier. Ach so. Ja, da habe ich ja eine ganze Kiste da unten stehen. Nein. Aber. Hm. Das oder das? Das? Das. 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 ist voll. Ja. Hast du noch einen? Nein. Hm. Warte, ich hab ne Idee. Kannst du mal die kleine Gäste wegräumen? Die andere links daneben auch noch, ja. Oder warte, nein, ich brauch die woanders hin. Nein, das Regal ist eins zu weit rechts. Kacke. Was machst du? Ach so. Ähm. Ah, mach ich jetzt einfach so aus. Wollen wir hier in diese... Hast du auch so einen einzelnen Stein? Ähm, ja, warte, warte, wo hab ich ihn? Ja. Ähm, wo ist er hin? Hä? Ich hab den doch gerade angemacht. Oder bin ich einfach nur blind? Ah, doch. Komm. Jo. So. Quatsch. Das ist doch geil. Das ist nicht mal geil. Den können wir aber woanders hin tun. Komm schon mal hier. Hä, warum hab ich eigentlich die ganzen Blöcke bei mir mit da? So. Ähm. Ähm. Ja, jetzt sind wir wieder zurück. Hm. Nein. Das ist immer noch ein Erz, das hier alles wegkommt. Ach, nö. Ich bin immer noch voll viele Samen. Ja, ich auch. Wir müssen wieder Dings machen. Ich will dich wieder neues Feld anlegen. Mann, facke. Warte, ne. Schöne, 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 schöne. Hanni,Hi. Nö. Und was ihr in dieser Etage vielleicht auch noch machen sollte, ist, ähm, ja, was wir in dieser Etage vielleicht auch noch machen sollten, ist, ähm, ab und zu mal ein paar... ein bisschen freien Platz lassen, damit wir uns schneller irgendwo hin porten können. Oder? Ich weiß nicht, wer es will. Wir können ja jetzt hier, wenn wir die Rückwand rausnehmen, an der Stelle uns wegbauten. Ah. Das können wir sonst nicht, weil wir sonst immer raus müssen. Ja. Wunderschmeißen. Jetzt bin ich mir überlegen. Ach ja. Faderblätter können wir eigentlich noch weg. Wie bitte? Faderblätter können wir eigentlich wegschmeißen. Ich würde mal sagen, die rechte Kiste ist eher unnötig. Die linke Kiste, da sollten wir auf jeden Fall Sachen rein tun, die voll wichtig sind. Dein. Warte, ich guck mal rein. Ganz. Achso. Okay. Was ist das denn? Ach, dieser Railcrafting Table. Ja. Was ist denn da hier so ähnlich wie eine Bahn, was du meintest? Ähm. Das sind diese Rails. Und dann hat man diesen Railhook. Diesen. Haken. Und in den kann man sich dann so dran... Äh. Ja, ich kann mir jetzt grad nicht genau darunter vorstellen, was das ist. Also jetzt ein Rail, klar, ist ein Zug, aber... Nein, das ist einfach nur eine einzelne Schiene. Und was bringt dann... Achso, die Hook. Damit können wir uns dann in die Schiene einklinken, oder wie? Genau. Und dann rutschen wir über die Map, oder was? Ja. Okay. Da gibt's verschiedene Sachen, die wir weiter können. Zuerst ist es... Das können wir aber auch irgendwo anders hinbauen. Äh, aber jetzt haben wir... Schon mal einen Storage Room. Wir haben schon mal ein bisschen was geschafft, Mario. Wir können jetzt eigentlich... Wir können versuchen das hier weg zu machen, ne? Ähm... Ja, warte, warte. Warte. Ja, den kannst du ja schön mit Schifffahrt tun. Ich kann doch auch. Oder... Ja, ich muss ja generell mal noch gucken, was hier weg kann und so weiter. Ich mach mir mal eine Kiste fertig, wo ich jetzt nur Sachen verkaufe. Ja, doch. Ja, doch. Ja, ich muss sehen. Untertitelung des ZDF, 2020